Musik 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 Jetzt will ich mal ganz kurz noch hier runter gucken Ach Gott, hier ist ein Spawner Okay Und da kam ich, das heißt, ich gehe mal hier runter Oh, das war glaube ich ein bisschen laut Dann kann ich Okay, das nicht, das äh, eine Kiste Sehr gut Healing Starb Ein Healing Starb So, hier Ich Hat es eine Bedeutung, dass ich jetzt hier runter kann, oder? Kann ich mir die Lampen anbauen? Ja Zupi Was bringt's? Ähm, ich wollte eigentlich auf das doch Ach Wiss Ich höre hier immer noch den Wassers, den Waterstep Ah, jetzt gucke ich mal hier zu der anderen Stadt Hat ja gerade überhaupt nicht Gelegt Woah Weg, 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 weg von mir, weg von mir, weg von mir Was bin ich jetzt? 45 Alter, weg Warte, weg Warte, weg Warte, was war das? erst mal heilen, 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 heilen hier gibt es anscheinend auch einen Hintereingang oh, 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 ist nicht neu da war doch noch einer hier da ist auch noch einer Alter mein Gott der hat mich ja überhaupt nicht erschreckt das haben wir hier habe ich wieder Fackeln, Juhu das ist nichts gut, hier ist auch nichts Aua, Aua, wo kommt ihr jetzt her? oh Gott, ich bin spät was? geh weg, geh weg wow okay, was ist denn das da, was ist denn das da? äh ja, ist ja in Ordnung so okay was gut ist, wir bekommen Pfeile gut, hier ist nichts mehr da drüben war ich, glaube ich nehme die Kloster mit so also wo ich die Videos geguckt habe, die waren in so einer ähnlichen Burg, aber die sah anders aus, also da gab es nicht solche Gegner ähm das war halt so eine Burgen, da haben die dann halt, ähm, ihr Lager aufgestellt oder haben halt da drin dann gewohnt oh Gott oh Gott, drei drei Stück oh je 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 ich hoffe meine Maus meine Maus hört man nicht so arg, weil das Mikro ist eigentlich direkt daneben und ich sehe meine Rüstung ist gleich am Arsch ich habe nicht die ganzen vielen da oben gesehen, habe ich nicht was will ich mit Türen, Alter so, passt hier noch was rein naja, siehste passt hier noch viel rein ja, das sollte ich vielleicht eher behalten so, das ist leer, das ist voll oh Gott ok, von rechts kommt nichts ist ein Healer ein Healer, ein Healer muss man immer gleich töten weil der kann die anderen heilen so, mein Bogen ist auch gleich am Arsch oh, zu viele aber die haben alle Gott sei Dank bloß Goldrüstung oh man, das ist wieder so einer das hat sich ja total boah, ein Burgerschütze mit DIA-Rüstung das ist ja, das ist fies das ist echt scheiße ich mache mehr Schaden mit meinem Bogen, das kann ja eigentlich auch nicht sein das ist ja wo steht jetzt hin ach der steht, stimmt man, zu viele Backpacks, was soll ich denn alle mit denen nein, da gehe ich jetzt erstmal nicht hin so, ich gehe jetzt mal hier hin und da hin und dann gehe ich auch noch da hin und das ist der Armour Stand ok, kein Platz mehr halt, erstmal gucken ob hier noch was reingeht so, das Ding da kann ich da lassen es will eh kein Schwein so das passt alles hier rein das wollte ich gucken ob das da rein passt ha dann gehe ich erstmal hier entlang oh ok, die haben aber alle ein Schwert das ist ein Zombie, was macht denn der da? was ist denn da los? oh Gott da scheint die ganze Armour ich habe Blinddance, ich habe Blinddance boah, 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 boah boah, 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 boah zu viele oh mein Gott übertreibt es nicht zu viele das sind zu viele alter, ich müsste auch nicht von mir wegbekommen der ist da festgehangen, gut, gut, gut Aua ich sag ja immer gleich, dass ich sterbe aber, ich habe ja eigentlich volles Leben oh Gott oh Gott pfff das war ja überhaupt nicht anstrengend ups so, was hole ich denn da? so, der stirbt jetzt ich gehe erstmal hier oben gucken nein ich gehe erstmal hier gucken wow, interessant dann gehe ich mal hier gucken schon wieder essen, ey man Mann das geht ja alles noch rein, finde ich gut ähm, das nehme ich einfach mal mit den Reichen, das lasse ich einfach mal hier mh, soo da wir essen ich gehe mal zu sein und wo ich empfehle in die